Hallo Leute und herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt. Heute werde ich den neuen Besitzer von meinem alten Bohrmaschinenständer ermitteln. Das mache ich mit einem YouTube Zufallskommentarpicker. Derjenige welcher der hat dann 7 Tage Zeit sich über YouTube Nachrichten bei mir zu melden, um mir eine deutsche Lieferadresse mitzuteilen. Wenn ihr das nicht schafft, werde ich das Teil noch mal verlosen. So, ich drücke euch alle die Daumen. Daniel Brosche, herzlichen Glückwunsch. So, schauen wir erst mal, ob wir den Kommentar auch wirklich in dem Video finden. Daniel Brosche, hier ist er. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Daniel, du hast jetzt genau 7 Tage Zeit, dich bei mir über YouTube Nachrichten zu melden und mir eine deutsche Lieferadresse mitzuteilen. Dann schicke ich dir das Teil so schnell wie möglich zu. Bis dann. 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 Vielen Dank.